eine sherlock holmes geschichte von arthur conan doyle das landhaus in hampshire bitte nicht wundern dass der titel einmal mit a einmal mit e einmal mit p einmal ohne p und so weiter geschrieben wird es ist immer dieselbe geschichte nur in verschiedenen publikationen hat sich der titel scheinbar von alleine verändert lachend legte holmes die letzte nummer des telegraph aus der hand eine gute zigarre das wäre auch für ihn jetzt kein schlechter gedanke er angelte mit dem fuß den rauchtisch näher heran schnupperte in den verschiedenen kistchen herum und wählte endlich eine schwarze brasil aus der mit wohlgefallen zu rauchen begann endlich kehrte watson zurück man kommt kaum vom fleck vor nebel sagte er nun ging alles gut mit dem kind erkundigte sich holmes danke besser als ich dachte es gab ein paar tüchtige schrammen zu nähen aber die kleine hielt ganz tapfer stand du warst so lange weg meinte holmes ja weißt du ich habe mir dann den mann gleich vorgeknüpft der das kind angefahren hatte da war nämlich nicht mal ein stück brot im hause bei der kleinen und hattest du erfolg ja man konnte ganz vernünftig mit ihm sprechen aber du holmes womit hast du dir inzwischen die zeit vertrieben oh mir war es durchaus nicht langweilig ich habe zeitungsartikel gelesen höchst interessante artikel watson warf einen verlegenen blick auf die durcheinander geratenen nummern des telegraph ja so kommt alles ans licht mein lieber watson sagte holmes und zwinkerte lustig mit den augen aber du hast deine sache nicht zu übel gemacht vor allem hat es mir wirklich gefallen dass du dabei nicht den alleinigen wert auf die sensationellen fälle gelegt hast sondern dich auch der kleinen wenn auch nicht alltäglichen fälle angenommen hast denn sie sind es ja die mir meist mehr gelegenheit zu den streng folgerichtigen beweisführungen und schlüssen geben die meine eigenste spezialität bilden und doch versetzte watson kann ich mich selbst nicht ganz von dem vorwurf der sensationssucht freisprechen der gegen meine berichte schon erhoben worden ist du hast vielleicht den fehler gemacht fuhr holmes fort während er mit einem stückchen glühender kohle aus dem kamin eine neue zigarre anbrannte du hast vielleicht den fehler gemacht dass du dich bemüht hast allen unseren leistungen farbe und leben zu verleihen statt dich auf die darstellung meiner streng logischen schlussfolgerungen von der ursache auf die wirkung zu beschränken die in wirklichkeit das einzig bemerkenswerte an der ganzen sache bilden ich denke doch ich habe dir dabei volle gerechtigkeit angedeihen lassen entgegnete watson etwas kühl denn ihm war das starke selbstgefühl zuwider welches einen ziemlich ausgesprochenen zug in charlock holmes merkwürdigem charakter bildete nein es ist nicht eigenliebe oder einbildung von mir bemerkte holmes darauf indem er nach seiner gewohnheit nicht allein watsons äußerung beantwortete sondern zugleich auch das was diese sich dabei gedacht hatte wenn ich volle gerechtigkeit für meine fähigkeiten verlange so tue ich das weil ich sie als etwas unpersönliches als etwas über mir stehendes betrachte verbrechen kommen alle tage vor streng folge richtiges denken findet sich selten deshalb hättest du dich mehr bei dem letzteren aufhalten sollen statt einer reihe belehrender vorträge sind unter deiner hand ganz gewöhnliche geschichten entstanden watson stand auf und blickte zum fenster hinaus noch immer wallte ein dicker nebel zwischen den häuser rein sensationssucht fuhr holmes nach einer langen pause in seiner vorlesung über watsons schriftstellerische missgriffe fort während er den rauch seiner zigarre in die luft blies sensationssucht wird man dir übrigens kaum zur last legen können handelt es sich doch bei einem guten teil der fälle die du behandelt hast gar nicht um verbrechen im strengen sinne des wortes eher bist du vielleicht über dem bestreben dem sensationellen aus dem wege zu gehen ins alltägliche verfallen dies lässt sich wohl manchmal von dem ausgang sagen die methode aber nach der die behandlung der fälle erfolgte war stets eigenartig und interessant dabei bleibe ich entgegnete watson ach was mein lieber junge was kümmert sich das publikum das große oberflächliche lesepublikum um die feineren schattierungen streng logischer ableitung und schlussfolgerung aber wahrhaftig wenn deine erzählungen trivial ausfallen so kann man dir keinen vorwurf daraus machen denn die tage der großen fälle sind vorüber die menschheit oder zum wenigsten die verbrecherwelt hat alle kühnheit und originalität verloren meine eigene bescheidene praxis befindet sich allem anschein nach auf dem besten wege zu einem fundbüro für verlorene gegenstände und zu einer auskunftsstelle für schullehrerinnen herab zu sinken schlimmer kann es übrigens jetzt wohl kaum mehr werden mit dieser zuschrift die ich heute früh erhielt dürfte ich vermutlich beim nullpunkt angelangt sein da ließ damit warf holmes mir einen zerknitterten brief hin er war den abend vorher am montagou platz geschrieben und lautete werter herr holmes ich bin im zweifel ob ich eine mir angebotene erzieherinnen stelle annehmen soll oder nicht und möchte sehr gerne ihren rat in der sache in anspruch nehmen wenn ich sie nicht störe werde ich morgen vormittag um halb elf uhr bei ihnen vorsprechen ihre ergebene violet hunter kennst du die schreiberin fragte watson nein wortzen meinte die sache kann vielleicht interessanter ausfallen als du denkst du erinnerst dich doch der geschichte mit dem blauen karfunkel die sich zuerst ganz wie eine posse ausnahm und sich dann zu einem wichtigen kriminalfall entwickelte so kann es diesmal auch gehen nun wir wollen hoffen sagte holmes dann trennten sie sich und gingen zur ruhe am nächsten morgen pünktlich zur angekündigten stunde betrat die schreiberin des briefes das haus es war ein junges mädchen einfach aber hübsch gekleidet sie hatte ein frisches aufgewecktes gesicht voll sommersprossen und verriet durch ihr entschiedenes auftreten dass sie sich bis dahin allem hatte durch die welt schlagen müssen sie nehmen mir doch nicht übel dass ich sie belästige begann sie als holmes sich erhob um sie zu begrüßen aber es ist mir etwas sehr sonderbares begegnet und da ich keine eltern oder sonstige angehörige habe die ich um rat fragen könnte so dachte ich sie wären vielleicht so freundlich mir zu sagen was ich tun soll bitte nehmen sie platz fräulein hunter ich stehe ihnen gern in jeder weise zu diensten es war wohl zu sehen dass holmes sich von dem wesen und der ausdrucksweise seiner neuen klientin angenehm berührt fühlte er ließ den blick prüfend über sie hingleiten und setzte sich dann mit gesenkten lidern und aneinandergelegten fingerspitzen zurecht um ihrer geschichte zuzuhören ich war fünf jahre lang erzieherin in der familie des obersten spence monroe begann sie allein vor etwa zwei monaten erhielt der oberst einen posten in halifax in neuschottland und nahm seine kinder mit so dass ich meine stelle verlor längere zeit suchte ich durch die zeitungen nach einem passenden platz jedoch ohne erfolg zuletzt begann die kleine summe die ich mir erspart hatte auf die neige zu gehen und ich wusste mir nun nicht mehr zu helfen in dem bekannten westerweischen stellenvermittlungsbüro im westend pflegte ich so ziemlich jede woche einmal nachzufragen ob sich nicht etwas für mich gezeigt habe als ich nun vorige woche von der inhaberin des büros fräulein stopper in ihr privatkontor gerufen wurde fand ich einen herrn an ihrer seite sitzen er war von ungeheurer körperfülle und sein mächtiges kinn fiel ihm in mehrfachen falten auf die brust herab dabei hatte er sehr freundliche züge und trug einen zwicker auf der nase durch den er die eintretenden jungen damen angelegentlich musterte bei meinem eintritt schnellte er förmlich von seinem stuhl empor und wandte sich hastig zu fräulein stopper das ist die rechte sagte er ich könnte gar nichts besseres finden herrlich herrlich er schien ganz entzückt rieb sich die hände vor vergnügen und machte einen solchen eindruck von wohlbehagen dass es eine wahre freude war ihn anzuschauen sie wollen sich nach einer stelle umsehen fräulein redete er mich an jawohl als erzieherin und welches sind ihre gehaltsansprüche in meiner letzten stelle bei oberst monroe hatte ich vier pfund monatlich hohoho eine wahrhaft schlechte bezahlung rief er mit seinen fetten händen in der luft herumfahrend als befände er sich in höchster aufregung wie kann man nur einer dame von so hervorragenden eigenschaften und leistungen eine so lächerliche summe bieten meine leistungen sind doch vielleicht nicht so bedeutend als sie glauben bemerkte ich etwas französisch etwas deutsch musik und zeichnen ach das kommt bei mir alles nicht in frage rief er ob sie erscheinung und benehmen einer dame von stand haben oder nicht darauf allein kommt es an ist dies nicht der fall so eignen sie sich nicht zur erziehung eines kindes dem eines tages vielleicht eine wichtige rolle in der geschichte des landes zufallen wird trifft es aber zu wie konnte ihnen dann ein anständiger mann zumuten sich mit weniger als 100 pfund zu begnügen bei mir würde ihr gehalt mit diesen betrage beginnen sie können sich vorstellen herr holmes dass mir in meiner bedrängten lage dieses angebot so verlockend erschien und dass ich kaum meinen ohren traute der herr jedoch der vielleicht den ungläubigen ausdruck auf meinem gesicht bemerkte nahm nun eine banknote aus seiner brieftasche es ist außerdem meine gewohnheit fuhr er fort und verzog dabei sein gesicht zu einem so liebenswürdigen lächeln dass seine augen nur noch wie zwei glänzende streifen zwischen den sie umgebenden falten hervorblitzten meinen jungen damen die hälfte ihres gehaltes im voraus auszuhändigen damit ihnen die kleinen auslagen für die reise und für ihre garderobe nicht schwer fallen eine derartige liebenswürdigkeit und rücksicht war mir soweit ich mich erinnern konnte in meinem ganzen leben noch nirgends vorgekommen da ich bereits schulden bei meinen bekannten hatte so kam mir der vorschuss sehr gelegen aber trotzdem lag etwas unnatürliches in dem ganzen handeln das in mir den wunsch erweckte noch einiges nähere zu erfahren gehe ich mich völlig band darf ich sie fragen wo sie wohnen fragte ich hampshire copper beaches reizender landsitz fünf meilen hinter winchester sie können sich keine anmutigere gegend keinen netteren wohnsitz denken mein liebes fräulein und worin würde meine arbeit in ihrem hause bestehen darüber möchte ich doch auch gern etwas erfahren es handelt sich um ein einziges kind es ist ein kleiner lieber bengel von genau sechs jahren wenn sie sehen könnten wie er schwaben und andere käfer mit dem pantoffel tot schlägt klatsch klatsch geht es und im nur sind sie kaputt dabei lehnte er sich in den stuhl zurück und lachte wieder dass seine augen völlig verschwanden ich war nicht wenig verdutzt über den eigentümlichen zeitvertreib des kindes allein da dessen vater so darüber lachte dachte ich er mache vielleicht scherz meine einzige aufgabe wäre also fragte ich weiter für das eine kind zu sorgen nein nein das ist nicht alles rief er sie wären außerdem verpflichtet was sie ja gewinnen als selbstverständlich betrachten würden den weisungen von seiten meiner frau nachzukommen vorausgesetzt natürlich dass sich das alles im rahmen dessen hält was man von einer gebildeten jungen dame erwarten kann dagegen haben sie doch keine bedenken wie es wird mir ein vergnügen sein mich nützlich machen zu können und ja dann wollte ich noch mit ihnen wegen der kleidung sprechen wir sind wunderliche leute wissen sie wunderlich aber gutmütig falls wir von ihnen verlangten ein kleid von uns anzuziehen so würden sie keinen einwand gegen diesen kleinen wunsch erheben nicht wahr nein erwiderte ich ziemlich erstaunt über diese äußerung oder sich dahin und dorthin zu setzen daran würden sie doch auch keinen anstoß nehmen und nein oder vor dem eintritt bei uns ihr haar ganz kurz abzuschneiden ich traute meinen ohren kaum wie sie vielleicht bemerken herr holmes ist mein haar sehr stark und hat eine ganz besondere kastanienbraune färbung die schon oft beachtung gefunden hat es fiel mir deshalb nicht ein es so kurzerhand einfach zu opfern ich bedauere aber das geht nicht erwiderte ich er hatte seine kleinen augen voll gespannte erwartung auf mich geheftet und ich sah wie bei meiner antwort ein schatten über seine züge flog leider ist dieser punkt ganz wesentlich sagte er es ist eine kleine grille von meiner frau und auf weibliche grillen muss man rücksicht nehmen wissen sie fräulein also sie wollen ihr haar wirklich nicht abschneiden nein dazu könnte ich mich unmöglich entschließen antwortete ich fest so dann muss ich leider verzichten es ist schade denn sie würden sonst wirklich sehr hübsch gepasst haben unter diesen umständen freundin stopa möchte ich gerne noch ein paar von ihren jungen damen sehen die vermittlerin hatte sich die ganze zeit über mit ihren papieren zu schaffen gemacht ohne an eines von uns beiden ein wort zu richten allein nun warf sie mir einen so unfreundlichen blick zu dass ich nicht anders annehmen konnte als ich habe sie durch meine abschlägige antwort um eine recht gute vermittlungsgebühr gebracht wünschen sie noch länger vorgemerkt zu bleiben fragte sie mich bitte ja fräulein stopa nun ja das wird wohl keinen großen wert haben da sie die besten angebote in dieser weise ausschlagen sie können doch kaum von uns erwarten dass wir uns noch viel mühe geben werden ihnen nochmals eine solche gelegenheit zu verschaffen guten tag fräulein hunter damit war ich verabschiedet als ich nun wieder zu hause war herr holmes und dort nichts vorfand als ein paar rechnungen auf dem tisch die ich nicht bezahlen konnte da begann ich mir doch die frage vorzulegen ob ich nicht einen dummen streich gemacht hätte denn schließlich wenn diese leute absonderliche launen hätten und höchst merkwürdige dinge von einem verlangten so zahlten sie auch gehörig dafür 100 pfund im jahre verdienen nur sehr wenige erzieherinnen in england und dann was nützt mir meine haare es gibt viele denen sie kurz geschnitten besser stehen vielleicht gehöre ich auch zu dieser zahl am nächsten tage neigt ich bereits sehr der aufwassung zu dass ich einen fehler begangen hätte und am dritten war ich fest überzeugt ich hatte meinen stolz schon beinahe so weit überwunden dass ich nochmals auf dem büro nachfragen wollte ob die stelle noch offen sei als ich von dem herrn selbst diesen brief hier erhielt ich will ihn vorlesen the copper beaches by winchester wertes fräulein fräulein stoper war so freundlich mir ihre adresse zu geben ich schreibe ihnen deshalb von hier aus um bei ihnen anzufragen ob sie sich ihren entschluss noch einmal überlegt haben meine frau wünscht sehr dass sie bei uns eintreten sie ist ganz entzückt von der schilderung die ich ihr von ihnen gemacht habe wir sind bereit 30 pfund das vierteljahr also jährlich 120 pfund zu geben um sie für alle unannehmlichkeiten die ihnen etwa aus unseren grillen erwachsen könnten schadlos zu halten im grunde wollen diese letzteren übrigens gar nicht so viel bedeuten meine frau hat eine vorliebe für eine ganz bestimmte schattierung von blö elektrik und wünscht deshalb dass sie morgens im hause ein kleid von dieser farbe tragen sie brauchen sich jedoch ein solches nicht anzuschaffen da wir selbst eines besitzen das meiner zurzeit in philadelphia befindlichen lieben tochter gehörte und das ihnen vermutlich vollkommen passen wird unsere besonderen wünsche wegen des ortes wo sie sich hinsetzen oder wegen der art wie sie sich die zeit vertreiben sollen werden ihnen keinerlei unannehmlichkeiten verursachen was ihr haar betrifft so ist es schade darum mir selbst ist während unseres kurzen zusammenseins dessen schönheit aufgefallen allein leider muss ich aus diesem punkte unwiderruflich beharren und will nur hoffen dass sie in der erhöhung ihres gehalts einen ersatz für den verlust finden ihre pflichten bei dem kinde sind nicht schwer also machen sie den versuch ich werde sie von winchester in meinem wagen abholen lassen sie mich wissen in welchem zuge sie eintreffen ihr ergebener jeffrey rucastle dies ist der brief und ich bin entschlossen die stelle anzunehmen ehe ich jedoch den entscheidenden schritt tue wollte ich gerne die ganze angelegenheit noch ihre erwägung unterbreiten wenn sie sich bereits entschlossen haben fräulein hunter so ist die frage ja schon entschieden meinte holmes lächelnd sind sie denn der ansicht ich sollte lieber abschreiben hätte eine schwester von mir aussicht auf diese stelle so wäre mir dies nicht gerade erwünscht das muss ich gestehen wie soll man sich nur alles erklären herr holmes ohne nähere anhaltspunkte möchte ich keine vermutung aussprechen vielleicht haben sie sich selbst eine ansicht darüber gebildet ich kann mir nur eine einzige erklärung dafür denken herr rucastle machte einen sehr freundlichen gutmütigen eindruck wäre es nicht möglich dass seine frau verrückt ist und dass er dies geheim zu halten sucht damit sie nicht etwa in einer anstalt verbracht wird und dass er ihren tollen launen in jeder weise entgegenkommt um einem ausbruch vorzubeugen diese erklärung hat wie die sache liegt in der tat am meisten für sich so viel ist jedenfalls sicher dass eine solche häuslichkeit nichts anziehendes für eine junge dame hat aber das gehalt herr holmes das gehalt nun ja freilich die bezahlung ist gut zu gut das ist es ja gerade was mir nicht behagen will warum bezahlt man ihnen 120 pfund im jahr während unter gewöhnlichen verhältnissen 40 pfund voll aufgenügen dahinter muss ein ganz gewichtiger grund stecken ich dachte es wäre gut sie in die verhältnisse einzuweinen damit sie wissen um was es sich handelt falls ich später einmal ihrer hilfe bedürfen sollte das bewusstsein dass sie hinter mir stehen würde mir viel mehr mut verleihen nun dieses bewusstsein dürfen sie getrost mitnehmen ich versichere ihnen dass ihr kleines problem das interessanteste zu werden verspricht das mir seit mehreren monaten vorgekommen ist es bietet einige züge ganz besonderer überraschender art sollten sie sich je einmal in zweifel oder in gefahr befinden gefahr was für eine gefahr denken sie sich als möglich holmes schüttelte ernst den kopf könnten wir uns darüber bestimmt aussprechen so wäre es ja keine gefahr mehr doch es bedarf nur eines telegramms und ich werde zu jeder tages oder nachtstunde zu ihrem beistand bereit sein das genügt damit erhob sie sich frisch und bunter und ihre züge zeigten keine spur von ängstlichkeit mehr nun gehe ich ganz guten mutis meiner neuen bestimmung entgegen ich werde herrn rucastle unverzüglich schreiben mein haar heute abend opfern und morgen nach winchester fahren die junge dame scheint mir manns genug zu sein sich selbst zu beschützen bemerkte watson als ihre raschen festen schritte auf der treppe verklangen sie wird es wohl auch tun müssen erwiderte holmes ernst wenn ich mich nicht sehr täusche werden wir schon in wenigen tagen nachricht von ihr erhalten es dauerte auch gar nicht lange so ging seine vorhersagung in erfüllung während der nächsten 14 tage ertappte watson häufig seine gedanken auf der wanderung zu dem alleinstehenden mädchen das vom schicksal auf einen so rätselhaften irrweg verschlagen worden war das ungewöhnlich hohe gehalt die sonderbaren bedingungen die leichten obliegenheiten dies alles war ganz gegen die regel und doch konnte er schlechterdings nicht mit sich darüber ins reine kommen ob es sich dabei nur um eine verrückte laune oder um einen verbrecherischen zweck handelte und ob der mann ein philanthropischer schwärmer oder ein schurk war holmes saß oft eine halbe stunde lang mit gerunzelten brauen in tiefes nachdenken versunken da fing watson jedoch von der sache an so winkte er immer ab tatsachen tatsachen rief er ungeduldig aus ich muss doch vor allem festen grund unter den füßen haben wenn er sich aber dann erhob machte er jedes mal die bemerkung seiner eigenen schwester würde er niemals gestattet haben eine derartige stelle anzunehmen das erwartete telegramm traf eines abends spät ein als watson eben im begriffe war sich zurückzuziehen und holmes sich anschickte seine geliebten chemischen untersuchungen anzustellen die ihn die ganze nacht festhielten hatte watson ihn doch schon oft abends über seine gefäße und gläser gebeugt verlassen und ihn am nächsten morgen zur frühstücksstunde noch in derselben stellung getroffen er riß den gelben umschlag auf überflog den inhalt der depesche und dann reichte er sie dem freund sie gleich die züge im kursbuch nach sagte er dabei indem er sich wieder seiner beschäftigung zuwandte es war eine kurze dringende aufforderung sie lautete kommen sie bitte morgen mittag in den schwarzen schwan im winchester kommen sie ganz bestimmt ich weiß nicht mehr aus noch ein hunter willst du mich begleiten fragte holmes aufschauend ja gerne antwortete watson dann sieh nur gleich nach ein zug um halb zehn uhr sagte der doktor in sein kursbuch blickend trifft in winchester um halb zwölf ein das passt ja ganz gut dann will ich meine untersuchung hier lieber auf sich beruhen lassen denn wir müssen morgen früh frisch und munter sein am nächsten vormittag befanden sie sich gegen elf uhr nicht mehr weit vom ziel der fahrt holmes hatte sich während der ganzen zeit in die morgenblätter vergraben als sie jedoch auf dem gebiet von hemscheye angelangt waren warf er sie beiseite um die schöne gegend anzusehen es war ein wundervoller frühlingstag am lichtblauen himmel flogen weiße federwölkchen hin und bei dem hellen sonnenschein lag in der luft etwas herrlich erfrischendes rings in der runde bis zu den fernen hügeln von eldershot blickten überall die roten und grauen dächer der gehöfte aus dem zarten jungen grün hervor wie frisch und hübsch diese häuschen daliegen rief watson mit der begeisterung eines menschen der eben erst die nebeldünste londons hinter sich gelassen hatte doch holmes schüttelte ernst den kopf weißt du watson meinte er das gehört mit zu den schattenseiten meiner geistesanlage daß ich immer alles unter dem gesichtspunkte des falles ansehen muß der mich gerade beschäftigt du hast beim anblick dieser zerstreuten behausung nur die empfindung ihrer schönheit ich dagegen muß immer daran denken wie einsam sie liegen und wie leicht sich darin ein verbrechen begehen läßt das seiner strafe entgeht liebe zeit rief watson aus wer möchte bei diesen netten alten heimstätten an verbrechen denken mich erfüllen sie stets mit einem gewissen schauder nach meiner erfahrung bin ich fest überzeugt die verrufensten gassen londons liefern keine so reiche ausbeute an missetaten als dieses lachende gelände hier das klingt ja ganz entsetzlich und doch liegt der grund sehr nahe in der großen welt tritt die öffentliche meinung ergänzend ein wo die macht des gesetzes nicht ausreicht da gibt es keine noch so elende gasse wo der schmerzensschrei eines gequälten kindes oder die hohe gewalttat eines trunkenbolts nicht mitleid und empörung bei den nachbarn erweckte auch sind sämtliche werkzeuge der rechtspflege jederzeit so bei der hand dass ein wort der klage hinreicht um sie bewegung zu setzen und es ist nur ein schritt vom verbrechen zum gefängnis betrachte dagegen diese einsamen häuser umgeben vom eigenen grund und boden bewohnt von armen unwissendem volk das gesetz und recht kaum von ferne kennt stell dir die taten höllischer grausamkeit heimlicher verruchtheit vor die sich vielleicht ja aus ja ein an solchen städten abspielen ohne dass eine seele es ahnt wäre die familie bei der unsere schutzbefohlene einzutreten hatte in winchester ich würde mir niemals sorgen um sie gemacht haben dass sie fünf meilen von dort entfernt auf dem lande wohnt darin liegt die gefühlte und doch ist sie selbst offenbar persönlich nicht bedroht nein wenn sie uns nach winchester entgegen kommen kann so darf sie ja ihren aufenthaltsort ungehindert verlassen gewiss ihre freiheit ist ihr nicht genommen was kann aber nur dahinter stecken weißt du denn gar keine erklärung dafür ich habe mir sieben verschiedene erklärungen ausgedacht von denen jede sich mit den tatsachen decken würde soweit wir sie kennen aber welche die richtige ist lässt sich nur aufgrund der neuen mitteilungen bestimmen die wir zweifellos bekommen werden nun da ist ja bereits der turm der kathedrale wir werden also bald alles wissen was fräulein hunter inzwischen erlebt hat das gasthaus zum schwarzen schwan an der hauptstraße nicht fern vom bahnhof gelegen hatte einen guten ruf dort fanden sie fräulein hunter bereits warten vor sie hatte ein zimmer für die beiden herren bestellt und auf dem tisch stand ein imbiss bereit ich bin so froh dass sie gekommen sind sagte sie lebhaft es ist sehr gütig von ihnen beiden aber ich weiß auch wirklich nicht was ich tun soll ihr rat wird mir von unschätzbarem wert sein bitte erzählen sie uns ihre erlebnisse das will ich und ich muss mich damit beeilen denn ich habe herrn rucastle versprochen um drei uhr zurück zu sein er erlaubte mir heute vormittag nach der stadt zu fahren natürlich hatte er keine ahnung zu welchem zweck erzählen sie uns nur alles hübsch nach der reihe wiederhote holmes indem er seine beine am feuer ausstreckte und sich zum zuhören zurecht setzte ich möchte gleich vorausschicken begann fräulein hunter dass mir im großen und ganzen keinerlei schlechte behandlung von herrn und frau rucastle widerfahren ist gerechterweise muss ich das hervorheben allein ich werde nicht klug aus den leuten und fühle mich daher beunruhigt was kommt ihnen unverständlich vor die gründe für ihr verhalten doch ich will ihnen alles ganz genau berichten bei meiner ankunft hier holte mich herr rucastle in seinem jagdwagen nach copper beaches ab die umgegend ist allerdings schön wie er gesagt hat das haus selbst aber durchaus nicht freundlich nur ein plumpes viereckiges gebäude dessen weiße tünche überall mit flecken und streifen von innerer und äußerer feuchtigkeit durchzogen ist ringsumher ist ein freier platz dann erstreckt sich auf drei seiten wald auf der vierten ein feld bis zur straße nach southampton die auf etwa 100 schritt entfernung im bogen am einfahrtstor vorbeiführt die anlagen auf der vorderseite gehören zum hause während die wälder ringsum lord suthertons privateigentum sind gerade vor dem haupteingang des hauses steht eine gruppe blutbuchen von denen das anwesen seinen namen hat während der fahrt war herr rucastle der selbst kutschierte äußerst lebenswürdig und noch am selben abend stellte er mich seiner frau und seinem kind vor die vermutung die uns bei meinem besuche bei ihnen so naheliegend erschien hat sich nicht bestätigt frau rucastle ist nicht geisteskrank ich fand in ihr eine stille blasse frau die offenbar noch nicht 30 jahre alt also bedeutend jünger ist als ihr mann der wohl kaum weniger als 45 zählen wird aus dem gespräch der beiden entnahm ich dass sie seit ungefähr sieben jahren verheiratet sind dass er witwer war und aus erster ehe die eine tochter hatte die sich nun in philadelphia befindet unter vier augen teilte mir herr rucastle mit der grund der sie fortgetrieben habe sei eine ganz unvernünftige abneigung gegen ihre stiefmutter da die tochter mindestens 20 jahre alt gewesen sein muss so lässt sich denken dass ihre stellung gegenüber der jungen frau ihres vaters nicht die angenehmste war frau rucastles geistiges wesen ist genauso farblos wie ihr gesicht sie machte gar keinen eindruck auf mich weder in günstigem noch in entgegengesetztem sinn sie ist eine völlige null an ihrem gatten und ihrem kleinen jungen hängt sie sichtlich mit leidenschaftlicher zärtlichkeit unablässig wandern ihre hellgrauen augen von dem einen zum anderen um ihnen jeden geringsten wunsch an den augen abzulesen und denselben wenn möglich zuvor zu kommen er seinerseits ist gegen sie ebenfalls gut in seiner plumpen ungestümen weise und so musste ich sie im ganzen für ein glückliches paar halten und doch hatte sie eine geheime sorge diese frau oft saß sie ganz in gedanken verloren mit dem allertraurigsten ausdruck da mehr als einmal habe ich sie in tränen getroffen manchmal dachte ich schon sie betrübe sich so über die sinnesart ihres knaben denn ein so gänzlich verdorbenes bösartiges kleines wesen ist mir noch nie vorgekommen er ist klein für sein alter hat aber einen ganz unverhältnismäßig großen kopf ausbrüche wilder leidenschaft und finsterer trotz wechseln unerführlich bei ihm geschöpfe zu quälen die schwächer sind als er ist das einzige vergnügen nachdem er strebt und für den fang von mäusen kleinen vögeln und insekten verrät er eine ganz bemerkenswerte begabung doch ich will über diesen jungen lieber keine worte mehr verlieren er hat ja auch mit meiner geschichte nur wenig zu schaffen ich bin dankbar für alle einzelheiten bemerkte holmes ganz gleich ob dieselben ihnen wichtig erscheinen oder nicht ich werde mich bestreben nichts von bedeutung zu übergehen das einzige unangenehme im hause was mir sogleich auffiel war das aussehen und benehmen der dienerschaft diese besteht nur aus einem manne und dessen frau toller so heißt er nämlich ist ein rauer wunderlicher mensch mit grauem haar und bart und riecht beständig nach alkohol zweimal schon seit ich da bin war er gänzlich betrunken und doch schien herr ruckersel sich nichts daraus zu machen seine frau ist eine sehr große starke person mit mirrischem gesicht so schweigsam wie ihre herrin nur weit weniger liebenswürdig die beiden sind ein sehr unangenehmes paar allein glücklicherweise komme ich wenig mit ihnen in berührung denn ich bringe meine zeit meist in der kinderstube und in meinem eigenen zimmer zu welche ganz nahe beisammen in einem flügel des gebäudes liegen die ersten zwei tage nach meiner ankunft in copper beaches ist mein leben sehr ruhig verlaufen am dritten jedoch kam frau ruckersel gleich nach dem frühstück herunter und flüsterte ihrem gatten etwas zu oh ja sagte dieser darauf sich zu mir wendend wir sind ihnen sehr verbunden fräulein hunter dass sie auf unseren wunsch eingegangen sind und sich ihr haar abgeschnitten haben ich versichere ihnen es hat ihre erscheinung nicht im mindesten eintrag getan jetzt wollen wir sehen wie ihnen das blaue kleid steht es liegt auf ihrem bett und wenn sie es anziehen wollten so würden wir ihnen beide sehr dankbar sein das kleid das für mich bereit lag hatte einen ganz eigentümlichen blauen farbton der stoff war sehr schön ausgezeichnet doch verrieten unverkennbare spuren dass es früher schon getragen worden war es passte wie wenn mein master zugenommen worden wäre als sich herr und frau ruckersel davon überzeugten legten beide ein entzücken an den tag das mir ganz unnatürlich übertrieben vorkam sie warteten im wohnzimmer auf mich einem sehr großen raum der die ganze front des hauses einnimmt und dessen drei hohe fenster bis auf den boden herabreichen am mittelfenster und zwar mit der lehne dagegen stand ein stuhl auf diesen stuhl musste ich mich setzen während herr ruckersel vor mir im zimmer auf und ab ging und dabei eine ganze reihe der tollsten geschichten zum besten gab die ich je gehört habe sie können sich gar nicht vorstellen wie komisch das war ich wurde schließlich ganz müde vor lauter lachen ruckersel dagegen die offenbar keinen sinn für humor besitzt verzog den mund nicht zum leisesten lächeln sondern saß die hände im schoße mit trauriger ängstlicher miene da nach einer stunde ungefähr bemerkte herr ruckersel plötzlich es sei jetzt zeit an die täglichen beschäftigungen zu gehen ich könne mich wieder umkleiden und zu dem kleinen eduard ins kinderzimmer gehen zwei tage darauf wiederholte sich dieser ganze vorgang unter ähnlichen umständen wieder musste ich das andere kleid anziehen wieder mich ans fenster setzen und abermals lachte ich aus vollem halse über herr ruckersels tolle geschichten von denen er einen unerschöpflichen vorrat besitzt und die er unnachahmlich vorträgt darauf gab er mir ein buch in die hand rückte meinen stuhl ein wenig zur seite damit mein schatten nicht auf das buch falle und bat mich ihm aus demselben laut vorzulesen ich musste irgendwo im kapitel anfangen und las etwa zehn minuten lang bis er mich plötzlich mitten in einem satze aufhören ließ und mir sagte ich soll mich wieder umkleiden sie können sich denken herr holmes wie groß meine neugier war die bedeutung dieser merkwürdigen komödie zu erfahren so viel ich bemerkt hatte waren beide ehegatten stets eifrig bestrebt meine blicke vom fenster abzuhalten ich verging deshalb förmlich vor begierde zu sehen was hinter meinem rücken vorgehe zuerst kam mir dies unmöglich vor allein bald verfiel ich auf ein mittel mein handspiegel war zerbrochen und so kam mir der glückliche einfall ein stück von dem glase in meinem taschentuch zu verstecken das nächste mal hielt ich mir dieses beim lachen vor die augen und war nun mit einiger geschicklichkeit imstande alles hinter mir befindliche zu sehen ich muss gestehen ich war enttäuscht denn ich bemerkte gar nichts wenigstens war dies mein erster eindruck beim zweiten blicke jedoch sah ich einen mann auf der landstraße stehen einen kleinen bärtigen grau gekleideten mann der nach mir herüber zu schauen schien da es eine hauptverkehrsstraße ist so sieht man dort meist leute dieser mann jedoch stand an den zaun gelehnt der das grundstück umgibt und schaute angelegentlich nach dem fenster ich nahm mein taschentuch vom gesicht und blickte frau rucastle an ihre augen waren mit forschendem blick auf mich gerichtet sie sagte nichts aber ich bin fest überzeugt sie hatte erraten dass ich einen spiegel in der hand hielt und gesehen hatte was hinter mir vorging mit einem male stand sie auf jeffro sagte sie da steht ein unverstehender kerl auf der straße der nach fräulein hunter herauf schaut doch nicht etwa ein bekannter von ihnen fräulein hunter fragte er nein ich kenne niemand hier in der gegend nein welche frechheit bitte wenden sie sich doch um und winken sie ihm zu er solle fortgehen es wäre gewiss besser die sache unbeachtet zu lassen nein nein wir würden ihn sonst immerfort hier herumlungern sehen bitte drehen sie sich um und winken sie ihn ab ich tat es und im selben augenblick ließ herr rucastle die rollläden herab dies war vor einer woche und seither habe ich nicht mehr am fenster sitzen und das blaue kleid nicht mehr anziehen müssen habe auch den mann auf der straße nicht mehr gesehen bitte fahren sie fort bemerkte holmes ihre erzählung verspricht sehr interessant zu werden ich fürchte sie ist recht unzusammenhängend es kann wohl sein dass die verschiedenen vorfälle auf welche ich jetzt zu sprechen komme sehr wenig miteinander zu tun haben gleich am allerersten tage führte mich herr rucastle an ein kleines häuschen das neben dem eingang zur küche steht beim hinzutreten vernahm ich das scharfe rasseln einer kette und ein geräusch wie wenn ein großes tier sich darin bewegte da schauen sie hinein sagte herr rucastle und zeigte mir eine ritze zwischen zwei planken ist es nicht ein prachtexemplar ich blickte hindurch und begegnete zwei glühenden augen und einer gestalt die in unbestimmten umrissen aus der finsternis heraus trat haben sie keine angst beruhigte mich mein begleiter lachend als er meine gebärde des schreckens sah es ist nur carlo der kettenhund er gehört wohl mir aber in wirklichkeit ist der alte toller mein bedienter der einzige der etwas mit ihm machen darf er bekommt nur einmal am tage zu fressen und auch da nicht zu viel so dass er jederzeit scharf ist wie gift jede nacht lässt toller ihn los und gott sei dem eindringling gnädig der ihm zwischen die zähne gerät setzen sie um des himmels willen nachts niemals unter irgendeinem vorwand den fuß über ihre schwelle wenn ihnen ihr leben lieb ist diese warnung war auch sehr am platze in der übernächsten nacht schaute ich zufällig etwa um zwei uhr morgens aus meinem schlafzimmerfenster es war eine schöne mondnacht und der rasenplatz vor dem hause strahlte fast taghell in silberglanz gebannt von der friedlichen schönheit dieses bildes stand ich da als ich gewahr wurde dass sich im schatten der blutbuchen etwas regte als es in den mondscheinen heraustrat sah ich was es war ein riesiger hund so groß wie ein kalb von braun gelber farbe mit hängenden backen schwarzer schnauze und gewaltigen weit vorstehenden knochen er schlich langsam über den rasen und verschwand dann wieder auf der anderen seite in der dunkelheit ich glaube kein einbrecher wäre imstande gewesen mir einen solchen todesschrecken einzujagen wie dieser furchtbare stumme wächter und nun habe ich ihnen noch eine ganz merkwürdige entdeckung mitzuteilen ich hatte mir wie sie wissen in london mein haar abschneiden lassen und verwahrte es zu einem großen knochen zusammengerollt unten in meinem koffer eines abends nachdem das kind zu bett war begann ich zum zeitvertreib die einrichtung meines zimmers zu mustern und meine wenigen habseligkeiten aufzuräumen in meinem zimmer stand eine alte kommode deren zwei oberste schubffächer offen waren während ich das unterste verschlossen fand nachdem ich die beiden oberen mit meinem weiß zeug angefüllt hatte war sonst noch gar nicht vieles unterzubringen und so verdross es mich natürlich dass ich das dritte nicht auch zur verfügung hatte ich nahm an dieses sei vielleicht nur aus versehen verschlossen worden deshalb zog ich meinen schlüsselbund heraus und versuchte es zu öffnen gleich der erste schlüssel passte und so zog ich die schublade auf es war nur ein einziger gegenstand darin aber was für einer würden sie ganz gewiss niemals erraten es war mein haarzopf ich nahm ihn heraus um ihn zu besichtigen die haare hatten ganz genau die eigentümliche farbe und die stärke meiner eigenen aber dann drängte sich mir wieder die unmöglichkeit der sache auf wie konnten denn meine haare in diese verschlossene schublade kommen mit zitternden händen öffnete ich meinen koffer räumte ihn aus und zog zu unterst meinen zopf hervor ich legte die beiden zöpfe nebeneinander und ich gebe ihnen die versicherung sie waren vollkommen gleich war das nicht merkwürdig ich mochte mir den kopf zerbrechen wie ich wollte die sache blieb mir ein völliges rätsel ich legte den fremden zopf wieder in die schublade ohne herrn rukasel und seiner frau gegenüber etwas von der sache zu erwähnen denn ich fühlte wohl dass es nicht recht von mir gewesen war eine schublade zu öffnen die sie verschlossen hatten ich bin von natur eine scharfe beobachterin wie sie vielleicht schon bemerkt haben herr holmes und hatte bald einen ziemlich genauen plan des ganzen gebäudes im kopfe ein flügel desselben schien völlig unbewohnt zu sein eine tür dem eingang zur behausung des tollerschen ehepaars gegenüber führte zu diesem flügel allein sie war stets verschlossen eines tages jedoch stieß ich auf der treppe auf ein rukasel wie er seine schlüssel in der hand aus dieser tür heraus kam und zwar mit einem so veränderten ausdruck dass ich den sonst so behebigen gemütlichen mann kaum wiedererkannte seine wangen waren gerötet seine brauen zornig gerunzelt und in der erregung traten ihm die adern an den schläfen weit hervor er verschloss die tür und eilte hinter mir die treppe herauf ohne ein wort oder einen blick an mich zu richten dies erregte meine neugier und ich richtete deshalb den nächsten spaziergang den ich mit dem kleinen machte so ein dass ich dabei die fenster an diesem teil des hauses im auge hatte es waren vier an der reihe drei davon ganz mit staub überzogen während an dem vierten der laden geschlossen war offenbar waren die räume zu denen sie gehörten sämtlich unbewohnt während ich auf und abschlenderte und dabei gelegentlich einen blick nach dem fenstern warf kam herr rukasel zu mir heraus seine züge zeigten jetzt wieder den heiteren gemütlichen ausdruck wie immer ach redete er mich an sie müssen mich nicht für rücksichtslos halten weil ich ohne ein wort an ihnen vorüber geeilt bin mein liebes fräulein ich hatte den kopf voll von geschäftssachen ich gab ihm die versicherung dass ich es ihm nicht übel genommen habe sie scheinen da oben eine ganze reihe überzählige zimmer zu haben fuhr ich fort an einem ist der laden geschlossen er sah überrascht und wie es mir vorkam etwas verdutzt aus über meine bemerkung ich bin ein fotograf aus liebhaberei sagte er und habe da oben meine dunkelkammer eingerichtet ach aber du meine güte an was für eine beobachterin wir geraten sind wer hätte das geglaubt wer hätte das für möglich gehalten seine worte klangen scherzhaft aber in dem blick den er dabei auf mich richtete lag kein scherz ich las darin wohl argwohn und ärger aber nichts spaßhaftes sehen sie herr holmes von dem augenblick an als mir klar wurde dass es mit diesen zimmern etwas auf sich habe wovon ich nichts wissen sollte brannte ich vor begierde hinter die sache zu kommen es war mehr als bloße neugier obwohl ich auch davon mein gutes teil besitze es war mir ein pflichtgefühl die empfindung dass es zum guten dienen werde wenn ich mir in diese räume eingang verschaffe man spricht von weiblichem instinkt vielleicht war es dieser der mir das gefühl einflößte ich späte nun emsig nach einer gelegenheit zum überschreiten der verbotenen schwelle beiläufig bemerkt haben außerherrn rucastle auch toller und seine frau gelegentlich in den unbewohnten räumen zu schaffen einmal sah ich die beiden zusammen ein großes bündel schmutziger wäsche durch die tür tragen in den letzten tagen trank toller so stark dass er gestern völlig betrunken war und als ich die treppe heraufkam steckte der schlüssel an der fraglichen tür ganz sicher hatte er ihn stecken lassen herr rucastle und seine frau waren mit dem kinde unten und so bot sich mir die allerschönste gelegenheit mein vorhaben auszuführen sagte drehte ich den schlüssel im schlosse um öffnete die tür und schlüpfte hindurch vor mir lag ein kurzer gang der sich am oberen ende rechtwinklig fortsetzte um die ecke befanden sich drei türen in einer reihe von denen die erste und die dritte offen waren sie führten in leere staubige öde zimmer das eine mit zwei das andere mit einem fenster die sämtlich derart mit schmutz überzogen waren dass die abendliche helle nur trübe hindurch schimmerte die mittlere tür war zu und quer herüber durch eine dicke eiserne stange verrammelt der an einem ende mit einem vorlegeschloss an einen ring in der wand befestigt war am anderen mit einem starken strick die tür selbst war verschlossen und der schlüssel abgezogen diese verrammelte tür gehörte offenbar zu demselben raum wie das fenster mit dem schlossenen laden an der außenseite und doch konnte ich an dem hellen streifen und sehen dass es drinnen nicht dunkel war offenbar fiel durch ein oberlicht helle hinein während ich in dem gang stand und die unheimliche tür betrachtete und mich dabei verwundert fragte was das wohl bedeuten sollte hört ich plötzlich im inneren schritte und sah wie in dem schmalen trüben lichtstreifen der unter der tür durch viel ein schatten sich vor und rückwärts bewegte ein jähr sinnloser schrecken fasste mich bei diesem anblick meine überreizten nerven versagten plötzlich ich wand mich um und rannte davon ich rannte als wäre eine grässliche hand hinter mir her um mich am saum meines kleides zu fassen ich lief den gang entlang und zu der tür hinaus gerade herrn rukasle in die arme der außen stand und wartete so sagte er lächelnd also sie waren es ich dachte es mir gleich als ich die tür offen stehen sah ich bin so erschrocken schließe ich zitternd hervor mein liebes fräulein mein liebes fräulein sie glauben gar nicht in wie liebevollem sanftem ton er dies sagte und was hat sie erschreckt mein liebes fräulein aber seine stimme klang doch ein wenig gar zu schmeicheln man merkte gleich dass er unbefangen scheinen wollte ich war so töricht und betrat den unbewohnten flügel antwortete ich aber es ist so einsam und öde dort bei dieser trüben beleuchtung dass mich die angst packte und ich eilends wieder umkehrte was ist so schauerlich still da drin nichts sonst fragte er und sah mich dabei scharf an wieso was meinen sie damit fragte ich wozu glauben sie wohl dass ich diese tür verschließe das weiß ich wirklich nicht nun damit niemand hineingeht der nichts darin zu schaffen hat verstehen sie dabei lag noch immer das liebenswürdige lächeln auf seinen zügen ganz gewiss hätte ich das gewusst ich nun jetzt wissen sie es also und falls sie je wieder ihren fuß über jene schwelle setzen dabei verwandelte sich sein lächeln mit einem schlage in ein wuterfülltes grinsen und er stierte mich mit einem so teuflischen gesichtsausdruck an so werfe ich sie dem hunde vor ich war so entsetzt dass ich nicht mehr sagen kann was ich tat vermutlich bin ich an ihm vorbei auf mein zimmer geeilt als ich wieder zu mir kam lag ich auf meinem bett und bebte am ganzen körper da fielen sie mir ein herr holmes ich hielt es nicht länger aus ohne beistand es graute mir vor dem hause vor dem herrn vor der frau vor den dienstboten selbst vor dem kinde wenn ich sie nur hier hätte dachte ich wäre ich ja ganz ruhig ich hätte ja freilich aus dem hause entfliehen können allein meine neugier war fast ebenso groß als meine angst mein entschluss war bald gefasst ich wollte ihnen telegrafieren ich nahm hut und mantel und ging nach dem ungefähr eine halbe meile entfernten telegrafenamt und als ich zurückkam war mir bereits viel leichter ums herz vor dem tor fasste mich plötzlich der schreckliche gedanke der hund möchte am ende losgelassen worden sein doch fiel mir dann wieder ein dass toller sich an jenem abend bis zur sinnlosigkeit betrunken hatte und er war wie ich wusste der einzige der etwas mit dem gefährlichen tier machen durfte außer ihm würde es niemand wagen es loszulassen unversehrt schlüpfte ich wieder herein und konnte die halbe nacht nicht schlafen vor freude bei dem gedanken dass sie nun bald da sein würden urlaub in die stadt erhielt ich heute früh ohne schwierigkeiten aber ich muss vor drei uhr zurück sein denn herr rucastle geht mit seiner frau fort auf besuch und sie werden den ganzen abend ausbleiben so dass ich nach dem kinde sehen muss jetzt habe ich ihnen alle meine erlebnisse erzählt herr holmes und ich wäre sehr froh wenn sie mir sagen könnten was dies alles zu bedeuten hat vor allem was ich tun soll holmes und watson hatten mit atemloser spannung diesen merkwürdigen berichte zugehört nun erhob sich holmes und schritt die hände in den rocktaschen und mit dem ausdruck tiefsten ernstes im zimmer auf und ab ist toller noch betrunken fragte er ja ich hörte wie seine frau zu herrn rucastle sagte sie könne gar nichts mit ihm anfangen das ist gut und rucastles gehen heute abend aus ja ist ein keller mit gutem festem schloss vorhanden ich habe holt der weinkeller nach meinem dafürhalten fräulein hunter haben sie in dieser sache bis jetzt recht viel mut und umsicht bewiesen glauben sie dass sie noch etwas weiteres leisten könnten ich würde die frage nicht an sie richten wenn ich sie nicht für eine ausnahme unter den frauen hielte ich will sehen ob ich es vermag was ist es wir werden gegen sieben uhr in copper beaches eintreffen mein freund und ich die rucastles sind wohl um diese zeit bereits fort und toller wird hoffentlich noch nicht wieder zu sich gekommen sein die einzige die dann allenfalls noch lärm machen könnte ist also tollers frau wenn sie diese mit irgendeinem auftrag in den keller schicken und ihn hinter ihr abschließen könnten so würden sie uns die sache außerordentlich erleichtern ich bin dazu bereit gut dann wollen wir einmal das ding genauer ins auge fassen selbstverständlich gibt es nur eine einzige mögliche erklärung sie sind hier um irgendeine andere person vorzustellen und diese person selbst wird in dem zimmer gefangen gehalten das liegt ja auf der hand und die gefangene ist wie ich nicht im mindesten bezweifle die tochter fräulein alice rucastle wenn ich mich recht erinnere die sich angeblich in amerika befindet jedenfalls ist die wahl auf sie gefallen weil sie ganz dieselbe größe figur und haarfarbe haben ihr hatte man sehr wahrscheinlich das haar abgeschnitten und so mussten sie das irrige gleichfalls opfern durch einen merkwürdigen zufall sind ihnen die strähnen in die hände gefallen der mann auf der straße war zweifelslos ein bekannter von ihr oder wohl ihr verlobter da sie nun fräulein alices kleider trugen und ihr so ähnlich sehen so musste er aus ihrer heiterkeit bei seinem jedesmaligen erscheinen und dann vollends aus ihrer handbewegung schließen dass seine ungebetene völlig zufrieden sei und seine aufmerksamkeit ferner nicht wünsche der hund wird nachts losgelassen damit ihr verehrer keinen versuch macht sich mit ihren verbindung zu setzen soweit ist alles klar den ernstesten punkt bildet der charakter des kindes was in aller welt hat denn das damit zu tun rief der doktor aus mein lieber watson wenn du dir in deinem beruf als arzt über die neigungen eines kindes aufschluss verschaffen willst so studierst du jedes mal dessen eltern siehst du denn nicht ein dass das umgekehrte verfahren ganz dieselbe berechtigung hat ich habe oft und viel wirkliches verständnis für den charakter der eltern erst durch das studium ihres kindes gewonnen dieses kind hat einen abnormen hang zur grausamkeit und mag dieser nun von seinem stets lächelnden vater herrühren wie ich vermute oder von seiner mutter jedenfalls bedeutet er nichts gutes für das arme mädchen das sich in ihrer gewalt befindet sie haben ganz gewiss recht herr holmes rief wollen hunter aus es fallen mir jetzt tausenderlei dinge ein die mir beweisen dass sie das richtige getroffen haben wir wollen keinen augenblick verlieren um dem armen geschöpft zu hilfe zu kommen wir müssen vorsichtig zu werke gehen denn wir haben es mit einem ganz getriebenen patron zu tun versetzte holmes vor sieben uhr können wir nichts beginnen um diese stunde werden wir bei ihnen eintreffen und dann wird das rätsel bald gelöst sein ganz pünktlich um sieben uhr fanden sich holmes und watson ein den wagen hatten sie in einem wirtshaus an der straße eingestellt an der baumgruppe mit ihrem dunklen laub das jetzt im licht der sinkenden sonne einen blinkenden metallglanz ausstrahlte würden sie das haus sofort erkannt haben auch wenn fräulein hunter nicht freundlich lächelnd an der haustreppe gestanden hätte haben sie es ausgeführt fragte holmes ein lautes heftiges pochendrang von unterhalb des treppenhauses herauf das ist frau toller im keller sagte sie ihr mann liegt schnarchend auf der küchenbank hier sind seine schlüssel er hat ganz die gleichen wie herr rukassel sie haben ihre sache wirklich gut gemacht rief holmes erfreut aus nun gehen sie voran und wir werden dieser dunklen geschichte bald auf den grund kommen sie stiegen die treppe hinauf schlossen die tür auf und gingen den gang entlang bis sie vor der verrammelten tür standen die fräulein hunter beschrieben hatte holmes schnitt den strick durch und nahm die vorgelegte stange weg dann probierte er verschiedene schlüssel im schloss aber ohne erfolg drinnen vernahm man einen laut und bei dieser stille verdüsterten sich holmes züge ich will nicht hoffen dass wir zu spät kommen sagte er wir wollen lieber ohne sie hineingehen fräulein hunter nun watson stemme einmal deine schulter an dann werden wir ja sehen was sich ausrichten lässt es war eine alte wackelige tür die dem vereinten druck sofort nachgab zusammen drangen sie in das zimmer ein es war leer ein schmales feldbett ein kleiner tisch und ein korb mit wäsche bildeten die ganze einrichtung das oberlicht stand offen und die gefangene war fort hier ist eine schockerei vorgegangen sagte holmes der saubere herr hat fräulein hunters absichten erraten und sein opfer fortgebracht aber wie durch das oberlicht wir werden bald sehen wie er es angestellt hat damit schwang er sich auf das dach hinauf oh ja rief er aus hier schaut eine lange leichte leiter über die dachrinne empor mit dieser hat er die sache ausgeführt aber das kann ja nicht sein bemerkte fräulein hunter die leiter stand noch nicht da als die rue castles fortgingen dann ist er zu diesem zweck noch einmal heimgekommen ich sage ihnen er ist ein schlauer gefährlicher mensch es sollte mich auch gar nicht wundern wenn es sein tritt wäre den ich eben auf der treppe höre ich glaube watson wirst guttun deine pistole bereit zu halten kaum waren diese worte aus seinem munde als ein sehr dicker aufgedunstner mann mit einem schweren stock in der hand unter der tür des zimmers erschien feulein hunter schrie laut auf bei seinem anblick und drückte sich an die wand holmes dagegen sprang vor und trat ihm gegenüber wo ist ihre tochter fragte er der dicke mann sah sich ringsum und schaute dann nach dem oberlicht hinauf diese frage muss ich an euch richten ihr spitzbuben und diebe aber jetzt habe ich euch gefangen ihr seid in meinen händen ich will euch heimleuchten damit wandte er sich um und eilte die treppe hinunter was er laufen konnte er holt den hund ich habe meinen revolver sagte watson wir wollen lieber die haustür schließen schlug holmes vor und sofort stürmten alle zusammen die treppe hinunter kaum hatten sie den hausgang erreicht als sie das bellen eines hundes und gleich darauf einen kläglichen hilferufer nahmen ein ältlicher mann mit rotem gesicht und schlotternden gliedern trat taumelnd aus einer nebentür und rief wer hat den hund losgemacht seit zwei tagen hat er nichts zu fressen bekommen schnell schnell zur hilfe ehe es zu spät ist watson stürzte mit holmes zur tür hinaus und um die hausecke herum toller hinter dreien eine gewaltige heiß hungrige bestie hatte ihre schwarze schnauze in herrn rue castles hals gegraben der sich ächzend am boden wand wohnen lief hinzu und jagte dem hund eine kugel durch den kopf er stürzte zusammen aber seine scharfen weißen zähne steckten noch in der mächtigen falte von rue castles hals mit vieler mühe brachten sie beide auseinander und trugen den verwundeten zwar lebend aber schauerlich zugerichtet ins haus sie legten ihn auf das sofa ins wohnzimmer und nachdem der inzwischen wieder nüchtern gewordene toller mit der botschaft von dem vorfall an seine frau abgeschickt war tat watson alles was er vermochte um die qual des verwundeten zu lindern sie standen alle um ihn herum als die tür aufging und eine große hagere frauensperson ins zimmer trat frau toller rief fräulein hunter ja fräulein als herr rue castles heim kam ließ er mich zuerst heraus ehe er zu ihnen hinauf ging ach fräulein es ist schade dass sie mich ihrer absicht nicht wissen ließen ich würde ihnen gesagt haben dass sie sich vergebliche mühe machen so rief holmes und blickte sie scharf an offenbar weiß frau toller mehr von der sache als irgendjemand sonst jawohl und ich sage auch ganz gerne was ich weiß dann bitte setzen sie sich und lassen sie es uns hören denn ich gestehe mehrere punkte sind mir noch nicht ganz klar ich würde ihnen längst alles auseinandergesetzt haben hätte ich nur aus dem keller heraus gekonnt falls die sache etwa vor gericht kommen sollte so vergessen sie nicht dass ich mich auf ihre seite gestellt und es auch mit fräulein alice gut gemeint habe seit der wiederverheiratung ihres vaters hat sich fräulein alice zu hause nicht mehr glücklich gefühlt sie sah sich immer zurückgesetzt und durfte nicht viel dreinreden aber eigentlich schlimm erging es ihr erst als sie sich mit herrn frauler verlobte so viel ich gehört habe besaß fräulein alice nach dem testament ihrer mutter gewisse ansprüche aber sie war viel zu sanft und gutmütig um sie geltend zu machen und ließ alles in herrn rukastles händen er wusste wohl dass er mit ihr machen konnte was er wollte als jedoch die möglichkeit eintrat dass ein ehemann kam und alles verlangte was er nach dem gesetz beanspruchen konnte da hielt es ihr vater an der zeit einen riegel vorzuschieben er verlangte von ihr sie solle ein schriftstück ausstellen wonach ihm die nutzniesung an ihrem vermögen zustehe sie möge heiraten oder nicht als sie das nicht tun wollte quälte er sie so lange bis sie ein nervenfieber bekam so dass sie sechs wochen lang am rande des grabes schwebte zwar erholte sie sich endlich aber sie war zu einem schatten abgezehrt und ihr schönes haar hatte man ihr abgeschnitten doch das machte ihrem bräutigam alles nichts aus und er blieb ihr so treu wie nur einer durch ihre freundlichen mitteilungen sagte holmes haben sie nun mir die sache so weit aufgeklärt dass ich mir das übrige vollends denken kann nicht wahr herr rukastle ging darauf zu seinem einsperrungssystem über jawohl und holte frau hunter von london um sich den unbequemen herrn frauler vom hals zu schaffen so ist es allein herr frauler fuhr holmes fort belagerte das haus mit der zähigkeit eines echten liebhabers und verstand es durch klingende oder anderweitige beweisgründe sie in sein interesse zu ziehen nicht wahr herr frauler war ein sehr freundlicher freigiebiger herr erwiderte frau toller gelassen und auf diese weise sorgt er dafür dass ihr guter mann stets reichlich zu trinken erhielt und dass die leiter bereit stand sobald ihr herr das haus verlassen hatte sie haben es getroffen herr gerade so ist es gegangen wir sind ihnen wirklich anerkennung schuldig frau toller sagte holmes denn sie haben uns über alle punkte die noch dunkel waren volle aufklärung verschafft da kommt ja auch der distriktsarzt mit frau rukastle mir scheint es wird wohl jetzt das beste sein wir bringen fräulein hunter nach winchester zurück da sowohl ihr wie unser ferneres verbleiben im hause keinen ersichtlichen zweck mehr hat so klärte sich also das geheimnis des unheimlichen hauses mit den blutbuchen am tore auf herr rukastle kam zwar mit dem leben davon blieb jedoch für immer ein gebrochener mann der sein dasein lediglich der aufopfernden pflege seiner garten verdankte sie wohnen noch immer mit ihren alten dienstboten zusammen welche so viel von herr rukastles vergangenheit wissen dass er sich nicht entschließen kann sich von ihnen zu trennen herr frauler und seine braut ließen sich gleich am tage nach ihrer flucht in southampton trauen er bekleidet jetzt einen beamtenposten auf der insel mauritius was fräulein violet hunter betrifft so legte sherlock holmes zu watsons ziemlich lebhafter enttäuschung kein interesse mehr für sie an den tag sobald das problem gelöst war in dessen mittelpunkt sie gestanden hatte